hallo youtube willkommen zu einer neuen runde anschaltet ganz genau dann mal los zu einer neuen runde anschaltet darf ich jetzt auch mal aussprechen lieber nächsten dankeschön zu einer neuen runde anschaltet 4 euer transect wie immer am mic genau wo ist sam hin wir suchen immer noch oder mal wieder könnte man auch sagen jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen so hinschwingen dass wir da einigermaßen rankommen ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und jetzt sollte es eigentlich klappen jawohl inzwischen genießen wir die abendröte was für ein ausblick wow und einmal rüber da sportlich wie wir sind da sind wieder spuren fußspuren immerhin bist du nicht abgestürzt das ist gut jetzt kann ich dich noch umbringen ich würde sagen wir müssen da ran springen hier hoch genau knapp knapp knappe kiste darüber ja das auch mal doch das knochen job hier ich denke mal der springt gleich runter hier da hoch jawohl ja da irgendwie rüber rüber jumpen jawohl klappt das schon ganz gut mit uns beiden hier näßen was ist das ein feuer und eine leiche was haben wir hier oh mein gott wieder ganzer roman hier das ist natürlich traurige geschichte hier so ist es so ja ich werde beinah rüber geschwungen wieder da noch eine spur spur mehr fußspuren dann mal rein sam sam das bricht bestimmt da klar ab hier das war klar ist alles morsch hier in dem spiel hier wäre doch kein gang wenn hier nicht vielleicht irgendwo ein schatz wäre oder das ist ja freaky aber ich meine wir müssen hier lang ja noch eine spur und wieder rutschen wir oh shit 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 oh mein seil oh das war knapp wie kann man so ein spiel programmieren ne dass der schon allein mit dem klettern hier das ist ja unfassbar ja da müssten wir rein ne ob wir in die andere seite gucken vielleicht irgendwo ein schatz hier ach nö kein schatz ich will den schatz mein schatz da was hab ich gesagt ich finde noch ein schatz sag ich doch sag ich doch ne 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 das war oh mein gott der ist aber tief gefallen nein ja wo müssen wir uns jetzt ran schwingen wo müssen wir jetzt hin daran schwingen würde ich sagen wo das war ein doppelritberger jetzt und wieder rutschen und wieder ran an den felsen jawohl und noch boah der bricht natürlich ab ich glaube ich hätte die hose schon voll wenn ich an seiner stelle wäre warte warte okay nicht einfach darunter jetzt können wir einfach runter jetzt gucken wir mal da müssen lang okay wow das ist ein schiff was für ein schönes schiff da springen jetzt nee das ist zu tief ich wollte mich da eigentlich an den felsen oh jetzt wird jetzt wird so langsam interessant hier ja ich muss mich da jetzt irgendwie so hinschwingen dass ich mich da gleich mit dem stüssel festhalten kann da wieso wieso hält dass ich da nicht fest oder ist hier noch irgendwo ein seil ist wahrscheinlich noch nicht dicht genug jetzt kommt stüssel stüssel das haben wir ich würde sagen wir müssen jetzt lösen genau und einfach sehen dass wir hier lösen irgendwann dann auf die da sind ja schon kleine lösen wor� jetzt aber das woran oder so konkret was machst du denn das war zu weit unten schade Da war schon okay man muss das ganz genau anpeilen so jetzt müsste er doch jawohl das ist schwer jetzt hier jetzt rüber am besten springt man jetzt ein bisschen hoch dann kann er wesentlich ganz abrutschen dann das gibt es doch nicht du sollst da nicht loslassen kriegen wir schon hin kriegen wir schon hin da gar keine bedenken habe ich da nicht habe ich doch nicht habe ich doch nicht so okay ach ich muss dieses wunderschöne schiff sehen da unten nein zum schluss brauchen wir natürlich noch mal die xxxxl schwierigkeit supermauer hier hat damit das auch nicht so schnell endet hier das spiel wieso ich hab doch x gedrückt wieso reagiert er denn nicht also jetzt jetzt konnte ich dauerlich nichts dafür wenn ich da jetzt einfach mich an ja ich kann aber nicht weiter rüber schwingen noch weiter zu der seite wieso ist das kann doch ein bisschen dauern so okay loslassen mach rein da so ich werde am liebsten schon links rüber springen aber das macht er nicht jawohl das geht nicht könnte jetzt geht doch mal ein bisschen rüber da du sollst nach rechts gehen wieso geht er nicht nach rechts er stürzt gleich wieder ab hier er geht nicht rüber da und mach doch ja endlich kann doch nicht so schwer sein und noch mal ein kleines stück hier mit stüssel das heißt ich muss mich jetzt rüber schwingen oh nein das gibt es nicht das gibt es nicht bitte nicht alles noch mal jetzt bitte nicht auch nee ach man komm jetzt hat er aber eigentlich ist er jetzt so gut gefallen dass er da jetzt gleich rüber kann nun mach da kannst du doch jetzt genau da wollte ich das sagen jetzt da kannst du darüber greifen jetzt das geht nicht er muss hoch springen genau versuch mal rüber zu greifen mit einem greift doch mal rüber junge ja ach meine güte ist das eine aktion halt dich bloß fest jetzt halt das nicht noch mal aus hier jetzt komm da kannst du rüber greifen ja komm jawohl komm das schaffst du jawohl endlich meine güte stell dich nicht so doof an hier bisschen gebirge hier wie immer so wir kommen dem schiff langsam näher ja langsam wird spannend hier das ist wohl mein weg runter und wieder sliden hier oh mein gott oh oh das ist wohl mein weg runter so ist es muss ich gleich noch mal einen kleinen sprung machen ja ok wo 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 so da kommen wir nicht hoch wo müssen wir tauchen war hoch gleichалась ja unten er alloc leben schatz star nach mit hin und jahren bleiben sehen wir hier Da geht's hoch Eigentlich müsste er doch hier jetzt rauskommen Da Hm, ich hab keine Ahnung, wo ich hier jetzt wieder lang muss Hm Ich seh das Schiff auch irgendwie nicht mehr Kann ja eigentlich nur da hinten sein, wo das so hell ist Da kommt er nicht durch Ne Muss er da durchschwimmen Aha Eine kleine Unterwasseraktion hier Oh, der schöne Schatz Da haben wir das schöne Schiff Sam hat sich unser verdammtes Boot geschnappt Er will zu Avery's Schiff Komm Lass ihn Wir sind fertig Wir sind fertig Die meisten meiner Männer sind tot Und wer noch lebt, ist abgehauen Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermied Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer Alles, was wir getan haben Umsonst Wir haben hier Gold Im Wert von Millionen Das und lebendig zu sein reicht mir Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen Wie bitte? Wir stehen kurz davor Geschichte zu schreiben Und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden Einem Bruchteil Von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft Kann er es haben Dann hat er sich's verdient Ganz im Gegensatz zu dir Wow Was ist das denn für ein Feigling Der V-Schlagen Jo, das war richtig Wir werden's beenden Drück ab Sorry man Mit Söldnern ist das so, Nadine Ihre Loyalität Ist käuflich Und nicht verdient Und jetzt komm Entweder wir beenden das hier gemeinsam Oder wir beenden es gleich hier Lass uns Geschichte schreiben Braves Mädchen Nach dir Das kommt wenn man so gierig ist So So mein Lieber Wir haben das Schiff erreicht Wir steuern auf das spektakuläre Finale langsam zu Und ich freue mich drauf Muss ich ganz ehrlich sagen Ich bin ja nun auch schon eine ganze Weile am Spielen Mangels Zeit ist das Nicht immer so einfach So viele Folgen am Stück aufzunehmen Ja Ich freue mich drauf Wir machen hier einen Cut Bis zum nächsten Mal Wenn ihr Bock drauf habt Würde ich mich sehr über den Daumen freuen Und wenn ihr Lust habt Irgendwas zu schreiben Wie euch das Spiel gefällt bisher Oder was ihr zu kritisieren habt Könnt ihr das auch gerne machen Wir sehen uns bei der nächsten neuen Folge Bis dann ihr Lieben Haut rein und ciao Bei